So, das stecken wir mal mit ein, was ist hier los? Kaputt, Junge! Wahrscheinlich muss ich gleich mit Legolas irgendwie nach oben So, das könnte ich auch mal zerhauen Zack, zack, zack! Okay, Legolas, schießt es ab, Junge Sieht so aus, als würde ich das zusammenbauen und jetzt den Schalter dran kriegen Ja, genau Und jetzt drehen, drehen, drehen Bämst! Und die Szene ist so geil Dann beginnt die Szene Ah, manuell zielt, ey! Zack, zack, Jungs! Boah, stimmt, früher auch, ähm, was heißt, ja, früher Hab ich auch Wo ist, wo ist Gimli? Alter, was da im Hintergrund abgeht Hab ich auch, ähm, die Hack-and-Slay-Spiele davor gezockt Die waren beinahe an damals Ich werde mich von einem Schwester noch nicht übertreffen lassen Ähm, aber ich glaube ab zwei, äh, zwei Türme, die zwei Türme, konnte man das, äh, so halt in den Korb zocken Da hab ich ja immer gezockt mit meinem Lidl-Bro Aber ich hab's durchgefeiert, Bro, ja, ne Cooool, lass mich in Ruhe, Junge Schnell, schnell, schnell Alter Was geht da im Hintergrund ab? Ich steh Hau doch mal Das kaputt, genau Schneller, Jungs Gimli Gimli ist nochmal dran Und BAMS Oh my god 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 So Komm her Gimli Komm her Gimli Das ist gar nicht geflogen, einfach ungefähr in der Turm Ist das alles? Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman Das ist gar nicht geflogen Lauf du geiler Fackelträger Lauf du geiler Fackelträger Lauf du geiler Fackelträger Was ist der gerade geflogen? Gewehrm's, Junge, ne? So, Mr. Legolas, die sind dran. So, Mr. Legolas, die sind dran. Nein, du Scheidern. Das kann, dass wir nicht kaputt machen. Nein, egal. Soll das ein Oskar sein? Das ist ziemlich weit. Du musst mich werfen! Sag's nicht dem Elb! Nicht ein Wort. Ich komme! Zack! Wir haben gar keine Chance gegeben, wir haben uns beide hier. Jetzt macht das Spiel echt Bock, aber ich kann es ja nicht sagen. Jetzt macht es, jetzt macht es wirklich Bock. Legolas! Legolas, Junge! Was soll das werden, ey? Das ist Legolas! Hallo! Hä? Ach so, da fehlen Steine! Da fehlen Steine! Guck mal rechts, da sind zwei Stück gleich, zwei goldene Dinger. Komm nur runter, Junge! Erstmal. Ich schalte erstmal die Dings aus. Was? Hier fehlen zwei Steine, wo kriegst die denn her? Hä? Ah, ach so. Ach so! Einfach drei Leitern umballern. Und jetzt. Ja, und jetzt diese... Ach du Scheiße, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie richtig an. Ich muss noch mal ganz schnell hier verhindern, hier. Und tschüss ihr Loser! Tschüss! Sie sind durchgebrochen! Die Festung ist eingenommen! Rückzug! Rückzug! Eilung! Hinein! Alle hinein! Die Festung ist eingenommen! Es ist vorbei! Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus mit mir! Für Rohan! Ja! Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen! Grimme Taten erwachen! Auf zu zornen! Auf zu verderben! Und blutig morgen! Oh, das ist aber geil gemacht! Kamerafahrt! Zack, zack, zack! Ich hätte springen können! Ich kann springen! Ah, okay! Ich hätte springen sollen! Naja, egal! Nicht schlimm! Guck mal, was im Hintergrund los ist! Boah! Ich bin tot! Sooo! Das ist so krank! Einfach nur! Gondalf! Gondalf! König Theoden steht allein! Nicht ganz! Ich muss gerade an den Film denken und ich krieg übelst Gänse, oder? Ich bin... Ich hab so Bock gerade! Ich hör auf mit dem Let's Play! Ich guck mir die Filme an! Ich hab keine Zeit mehr, Leute! Tut mir leid! Haut rein! Sieg! Wir haben gesiegt! Wohin! Ich hab kein Problem! Wohin! Wohin! Ich schlacht hat erst begonnen... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020